Nein, warte. Typen. Zwei Typen. Dina. Vorräte. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu der Last of Us. Ja, letzte Woche ist ausgefallen und wir machen jetzt weiter. Dina hat schon das Buch genommen, wer es ja mitgekriegt hat. Da gibt es auch einen Insider. Ist mir auch eher später aufgefallen. Na ja. Gut, machen wir mal weiter. So, erstmal wieder reinkommen. Nach einer Woche nicht spielen. Da habe ich ein bisschen Pause gemacht. Wie geil. Guck mal. Cool. Ich glaube, wir waren an dieser Tankstelle, oder? Oder ist es eine andere? Aber wir gucken uns trotzdem nochmal um. Doch, wir waren bei der Tankstelle. Ja, ja. Ja, ja. Wir waren ja bei der Tankstelle. Wir waren... Wir sind da reingegangen. In die Bude. Und gehen nochmal, Alter. Gut. Alles klar. Mal gucken, was uns erwartet heute. Vielleicht kommen wir da weiter. Ja, seid mir nicht so streng, wenn ich's nicht gerade beim ersten Mal hinkriege. Aber ich geb mir Mühe. Mühe reicht nicht, du sollst eins auf dem See. Ein Checkpoint. Moment. Aber wie? Wie? Das sind die Hunde-Radio-Schule, bitte. Da kommen wir wohl nicht rein. Also müssen wir außen rum. Kommt die, ja? Ja, wir kommen. Gut. Wir sind überall. Wir sammeln uns. Halbwodern jetzt mal. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Zieh nach rechts. Gewehr. Okay, der wird angezeigt. Geißer. Geißer. Der hat mich nicht gesehen. Der ist hier auch aufgespeckt. Ja, be's good, Tim! No, no! Enough of them! Come on! Get front of them! Scheiße, wir gehen Midi-Pack nochmal ausrüsten. Was soll das? Boah, ich muss nur kurz in Deckung. Entschuldigung. Steuerrohrung. Über Midi-Pack. Ich glaub mit R1. Ah, Scheiße, Mann! Hm. Hm. Ja, das war nicht so. Oh, Mann! Oh, Mann! Scheiße! Ich muss gar nicht hinlaut los. Wo sind sie jetzt? Los! Wir kennen das Gebiet! Wir können nicht scheiß sein! Hier oben ist noch einer. Ich glaub wir haben sie. Alles klar. Ja. Wo bist du denn? Ja! Oh, Mann! Ja. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! von dir findet ihr versteck was Was ist das? Nein! Weiter, Mann! Zieh nach links! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir gehen mal hier raus Okay, wir sind drüber Und jetzt Hey, Lena Ja Ja Komm Oh, Scheiße Was zum Teufel war das? Ist in eine Falle gelaufen Eine, was? Explosivfalle Pass auf, wo du hintrittst Ja, und wie das weitergeht Das sehen wir dann in der nächsten Folge von The Last of Us Lade die Woche noch eine Folge Auf jeden Fall, damit ihr dann das rauskriegt Ciao mit V Und wir sehen uns dann wieder Wir sind jetzt Ellie und Joel Ciao mit V Ciao 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 của